Servus Leute, was geht ab? Weiter geht's mit... Supercross! Jawohl, ihr habt richtig gehört, es geht weiter und zwar mit unserer 450er Meisterschaft auf Profi, auf unserer 250er Maschine und das letzte Rennen, ne? Was war das für ein Up und Down mit unseren Gefühlen? Das ist ja das Schlimme als im Karussell. Dieses Spiel, das verlangt meinem Körper einfach alles ab. Wir müssen diese 5 Runden einfach Vollgas geben. Jeder Sprung, jede Kurve muss mit voller Konzentration gefahren werden und das ist echt nicht einfach. Echt nicht einfach, das kann ich euch sagen. Wir fahren jetzt in Indianapolis. Ich bin bereit, ich hoffe ihr auch. Schnallt euch an und mal schauen, was wir jetzt reißen können. Vollgas, 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 Gate Drop und los geht's. Oh, der fährt immer, ich weiß nicht, kann man den Start irgendwo üben? Oh mein Gott, oh mein Gott, hier wieder mitten im Feld gibt's wieder Hakel, Gerangel, alles. Da wird gerangelt, Freunde, mitten im Feld. So, auf dem fünften Platz. Oh, Kenroxen hier hart gerammt. Und dann springen wir hier drüber, der Kenroxen springt ein bisschen weiter. Wir versuchen es auf der Innenbahn. Kommen da eigentlich ganz gut durch. Hier hätten wir ein bisschen springen sollen. Hier nicht springen. Dann hier auf die Kurve vorbereiten, den weiten Sprung nehmen. Die anderen kommen auch nicht so gut durch. Mal schauen, wer da was davon tragen kann. Ah, wir sind alle nicht so gut durchgekommen. Aber da kommt jemand von hinten angeschossen, der da ein bisschen besser durchkam. Wir sind auf dem vierten Platz. Fahren, glaube ich, hier immer unten rum. Weil uns das, glaube ich, besser liegt. Jawohl, da hat der dritte Platz einen Fehler gemacht. Aber da kommt er direkt wieder ran. Aber wir haben die Kurve besser hinbekommen. Okay, er springt ein bisschen weiter. Dafür kommen wir eher ans Landen. Ah, das wird was, das Rennen. Das wird was werden, das sage ich euch. Ah, da kommen wir ganz gut durch. Erste ist schon acht Sekunden weg. Boah, das ist echt schwer. Hier zu gewinnen ist wirklich... Also auf Profi zu gewinnen, da musst du schon einiges richtig machen. Quasi alles. Von der ersten Runde an. Oh, Kenroxen ist hier direkt neben uns. Und fliegt hier auch viel weiter. Die Frage ist, warum steigt er nicht ab? Und warum steigen wir immer ab, wenn wir zu weit springen? Ah, hier springen wir wieder viel zu kurz leider. Ah, unsere Kollegen auch. Ah, shit. Da weiß ich dann immer nicht. Wie soll ich das retten? Kenroxen scheint viel schlechter gesprungen zu sein wie wir. Boah, Hilfe. Drückt mich nicht nach... Boah, da drückt er mich einfach weg, der Dude. Boah, sind wir weit gesprungen. Halleluja. Und da legen wir uns auch direkt aus dem Maul und verlieren zwei Plätze. Sind jetzt auf dem fünften. Sind wieder auf dem vierten. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier, die Strecke, der Teil hier der Strecke... Boah, ich kriege schon Probleme beim Reden. Ist auch relativ schwer. Boom. So, vierter Platz. Müssen weiter Gas geben. Wir müssen schauen, dass wir da dranbleiben. Na, fünfter Platz. Stimmt, Ken hat uns überholt. Kenny. Ähm, boah, ziemlich schwierig hier. Er hat hier einen schönen Sprung hingelegt. Problem war gerade, dass uns der Dude da ein bisschen nach außen gedrängt hat. Hier sollte ich es vielleicht mal innen versuchen. Und nicht... Okay, vierter Platz. Kenyanroxen ist da gut durchgekommen. Scheiße, sechster. Die anderen kommen da viel besser durch. Ich weiß nicht, wie ich das fahren soll. Ich muss das, glaube ich, echt mal innen versuchen. Ah, jetzt ist der Dude da wieder bei mir im Weg. Ei, ei, ei. So, jetzt springen wir hier mal nicht so weit. Sah ganz gut aus, muss ich sagen. Der zweite ist dann leider zu kurz. Fünfter Platz. Ei, 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 das Rennen, das ist aber auch... Da sind alle nah dran. Guck mal, da sind direkt drei vor mir. Wenn die irgendwie Scheiße bauen oder wenn... Wenn ich quasi besser fahre als sie. Warum war da jetzt zum Beispiel so irgendwas drin? Boah, das hätte ich vielleicht auch nicht springen sollen. Ich weiß es nicht. Was ist mit dem Dude da, mit dem sechsten Platz, Alter? Warum bist du die ganze Zeit gegen mich am Stoßen, Bruder? Ja, dann springst du halt mal raus aus der Bahn. Wir sind hier hart am Fighten. Versuchen, alles hier weiterzumachen. Hab jetzt hier mal ein bisschen eine andere... Oh, Strecke, Streckenabschnittteil gewählt wie die Dudes. Oh, da kommen wir... Wir wissen nicht so richtig, wie wir das fahren sollen, leider. Oh, da steige ich ab. So schnell war ich doch gar nicht. Oh, nee, nee. Immer dieses... Ich spring gegen den Hügel und lege mich dann aufs Maul, ey. Das ist echt... Ja, wahrscheinlich, oder, Bruder? Boah, da kriegen wir so viel Speed. Okay, dritter jetzt. Wir müssen es halten. Wir müssen den dritten Platz halten. Oh, da fahren wir scheiße, leider. Egal, wir drängen ihn hier ein bisschen ab. Das darf man ja. Man darf ihn nur nicht von der Bahn schießen, quasi. Das war auch ganz okay. Okay, davor auf der anderen Seite sind Kenroxen und der erste Platz. Acht Sekunden vor mir. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch... Okay, ich werde wahrscheinlich Platz 2 und 3 werde ich wahrscheinlich nicht mehr angreifen können. Aber ich werde den dritten Platz... Oh, shit. Kleiner Fehler hier, ein bisschen zu früh eingelenkt. Ich wollte hier mal unten fahren. Das habe ich leider in der nächsten... Das ist ja schon die letzte Runde. Scheiße, da... Oh, da legen wir uns wieder aufs Maul. Warum tun wir das? Okay, er hat auch einen Fehler gemacht in der Rhythm-Section da. Das heißt, es ist nicht so schlimm. Wir machen hier einen Scheiß-Sprung und legen uns schon wieder auf die Fresse. Und die fahren einfach unter uns drüber und brechen uns quasi alle Knochen. Und wir haben den dritten Platz verkackt. Wir haben den dritten Platz mit dieser auf die Fresse Legerei die ganze Zeit richtig verschissen. Da legt sich auch noch mal einer aufs Maul. Und damit sind wir fünfter, hoffentlich. Oh mein Gott, den dritten Platz einfach so weggeschmissen. Machen wir nochmal einen Todessprung. Shit, den dritten Platz einfach weggeworfen. Einfach weggeworfen. 19 Punkte. Ne, 20 haben wir bekommen. James Stewart wird schon wieder Erster. Ah, die gehen weit weg, die Jungs. Die sind schon weit weg. 12 Punkte, 16 Punkte. Wir sind jetzt punktgleich mit Josh Grant, mit dem vierten. Hey, Miami gibt es in der nächsten Folge. Das war es für heute. Sehr, sehr schwieriges Rennen. Am Ende wieder viele Fehler gemacht. Sehr oft, viel zu oft aufs Maul gelegt. Immer diese Sprünge, wo wir dann, wo wir quasi zu kurz springen. Der Hügel und dann springen wir gegen den Hügel und dann legen wir uns aufs Maul. Darf einfach nicht passieren. Naja, das war es für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.